hallo youtube und fans des weltraum abenteuers zu einem neuen test angespielt ihr wisst ja wenn es was neues gibt dann ist der max gleich zur stelle und versucht es natürlich zu bekommen und das hat er auch den kurs ist auf steam jetzt endlich erschienen stammt vom entwickler diebsilver fischlabs beziehungsweise diebsilver die sind ja bekannt für die same war oder man eater oder chivalry 2 sagt euch bestimmt was und ist ein ja weltraum shooter beziehungsweise weltraum action abenteuer spiel das muss man sich erstmal noch genauer anschauen in welche richtung das dann schlägt was machen wir da genau wir sind eine der tödlichsten kriegerinnen des zirkels und natürlich auch der größte feind beziehungsweise die größte bedrohung des zirkels und wir heißen nara und müssen mit unserem kampfschiff forsaken durch die galaxis reisen um die truppen des widerstands gegen diesen kult zu vereinen und das universum beziehungsweise die galaxie von der unterdrückung zu befreien ja das ist im großen und ganzen zusammengefasst und wie das hier genau gespielt wird da da gucken wir jetzt mal rein also wir machen ein neues spiel auf und da können wir jetzt die schwierigkeit auswählen mittel permadev aus heimkino unter sprach untertitel ja und sprache denn wir haben viel story so dann würde ich sagen starten wir mal einen neuen platz im nara i wanted peace and safety for people i wanted chorus eternal harmony for everyone taught by the great prophet himself i saw him as the father i never had he was kind a healer helping the sick and a true guiding light for us all i became his best pilot his executioner my talents and those of other elders were revealed he taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us the same powers the menacing faceless harness from inside their void nothing was able to stop the power of the circle nothing was able to stop me but then he changed something happened and suddenly no sacrifice was too much nimica prime nimica prime a rebellious world refused the harmonious doctrine of chorus an order was given one which every elder must follow even if they disagreed destroy that planet i hesitated you can refuse elder but i didn't i gathered all my anger and billions died i heard them scream that day i left the circle turned my ship towards the rift ready to stop it or die keisha died first a room soon followed a one my brother in chorus was hit so i left him behind i left them all behind and i fled you're close enough zara time to test that access code transmitting now you only have a few seconds to get inside before the security system re-engages good honey i'm a force in the shadows how are you doing in there relax i'll bring your air one back just bring yourself back and some nature power cells for the enclave ja so das ist unser schiff und so ist die steuerung es gibt einmal die möglichkeit mit maus und tastatur zu steuern oder ihr steuert das ganze mit gamepad oder controller denn das spiel ist nämlich glaube ich soweit ich mich erinnern kann noch nicht nur für pc verfügbar sondern auch für die xbox für ps4 und ps5 und da muss man sich dann erst mal klar werden welche steuerung man benutzen will ich benutze hier maus und tastatur übrigens wenn euch das spiel gefallen sollte und ihr mehr davon sehen wollt dann haut doch mal den daumen nach oben unter dem kommentar dann unter dem video in der video beschreibung so und jetzt gehen wir ins tutorial ich habe jetzt schon ein bisschen was eingerichtet denn die steuerung ist nicht am anfang sehr 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 direkt und sehr sehr schnell und wenn man das nicht gewöhnt ist und wenn man das nicht gewöhnt ist dann knallt man hier relativ schnell irgendwo gegen deswegen habe ich da schon ein bisschen angefangen gehabt und erst mal die steuerung eingestellt wenn man maus und tastatur stellt spielt dann werdet ihr da schnell feststellen außer ihr seid jemand der mit hoher dpi spielt ah der erste kratzer ist schon drin drücke e um das naras ritual der sinne einzusetzen das ist quasi so eine art scan stoppen kann man auch hier stoppen kann man auch hier so eingebaut so wir sollen das immer wieder einsetzen hier die ganzen sachen finden also ich sage es euch wirklich ist sehr direkt steuert sich gut muss man sagen und wir haben natürlich sehr viel story hier geschützt um so escape zum schließen halten und wir müssen jetzt wahrscheinlich drauf feuern so wo müssen wir jetzt hin wir sollen sammler energie zellen aha das ist wichtig das heißt wir müssen hier glaube ich den ganzen folgen jetzt hier durch da ist ein energieschild da kommen wir jetzt nicht lang so natürlich schon eine herbe aufgabe hier diese blauen man muss den blauen folgen hier aber irgendwie ist ja alles hier zu ah moment mal kann man darauf schießen ne es ist nicht da müssen wir da vielleicht oben drüber ne auch nicht also das scheint hier irgendwie so eine art frachtschiff oder containerschiff oder so ein schlachtschiff zu sein so wir sollen wir sollen wir sollen so wie es aussieht sollen wir mehr den ähm diesen diesen sinn einsetzen so jetzt weiß ich aber immer noch nicht hier sammle energiezellen gehen wir mal da hin ja da zeigt das auf jeden fall blau hin ah moment mal das sind rohre oder sowas so und ach da oben schaut mal ganz 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 versteckt hier ok ok credits eingesammelt might buy me a nice upgrade at the enclave aber so wie es aussieht da hinten ist auch was naja aber da kommen wir ja nicht rein ne das ist ja oder müssen wir irgendwo anders lang hier ist noch irgendwas ach guck mal hier einfach mal dem weg folgen ne so Schild ist weg dann können wir da drüben die energiezelle auch nehmen ja das ist immer irgendwie so eine stimme die uns da im kopf rum spukt so also schaut mal wie riesig das schiff ist ok da müssen wir hin hier ist eine versteckt da hinten ist auch noch einer ja ein boost um feindlichen feuer auszuweichen und größere schauplätze zu erkunden aha ok 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 wir haben hier jetzt gesellschaft das was feuert hier noch da ist noch energie Ah, da ist auch noch einer. Und wie viel brauchen wir noch? Ein Energiebehälter brauchen wir noch. So. Gut, kehre zurück zur Enklave. Einmal durch den ganzen... Da durch, ja. Geschafft. Oh, 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 oh. Glück, ah. Nächster Kratzer. Drei Kratzer haben wir schon. Also da seht ihr schon, das ist... Also wirklich die Steuerung sehr präzise. Und sehr schnell. Also da könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen rumspielen. Oh, schnell durch hier. Ach, jetzt bin ich natürlich angeschossen. Nein, das machen wir natürlich nicht. So, da ist er. Ai, 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 was war das denn? Mann, das ging aber flott. Vom letzten Kontrollpunkt neu starten. Ja, gut, ich hatte jetzt natürlich nicht aufgepasst, weil ich von diesem Geschützturm angeschossen wurde. Ah. So, jetzt aber. Dann nehmen wir uns die doch mal vor. Okay, den haben wir. Nächstes Ziel. Ui, 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 ui. Da ist er. Einen haben wir noch. Also es ist nicht einfach, kann ich euch sagen. Vielleicht hätte ich mal den einfachen Schwierigkeitsgrad. Hätte ich den leichten Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Aber Steuerung, muss ich sagen. Richtig smooth. Aber eben halt auch sehr, sehr schnell und präzise. Aber das braucht man hier wahrscheinlich auch in dem Spiel. Man muss hier wirklich schnell reagieren. Man kann hier relativ fix sterben. So, wir sollen zur Enklave. Ja. So, 12 Kilometer noch. Sublichtantrieb. Aber muss nicht gedrückt halten. Okay. Ich muss mal hier rumfliegen. Müssen wir hier den begleiten? Oder was müssen wir hier machen? Nö. Erreiche die Enklave, steht da. Na gut. Aha. Da hinten ist die Enklave. Ein wenig Hilfe. Ein wenig Hilfe. Ja, machen wir doch gleich mit hier, die Quest. Docken wir mal hier an, wenn es denn geht. Lara. Lara. You came. I'm listening. It's a quick delivery, but I feel safer if someone like you could watch my back and handle things. Sounds like trouble. I'll pay you. Ja, wir helfen sie ihr. All right. Where to? Samich Outpost. It's not that far. Okay, wir sollen sie begleiten. Begleitschutz. Asawan. Didn't you work at the Enclave? Ja, ich habe das Schiff von euch ein paar Mal, aber ich bin nachdem, nachdem ich... Nun, ich habe noch SAV. Ich habe mein eigenes Werkstatt, das Geschäft ist gut, aber... Ich habe ein paar Kredite. Das verdammt Spiel war gegründet. Und jetzt? Die Piraten? Ich habe sie bezahlt, nach dieser Verkauf. Ich verstehe. Okay. Also man merkt hier schon, die reden halt nahe auch sehr viel. Deswegen bin ich auch so ein bisschen leiser. So, das hier... Ne, in Klavis ist das nicht hier. Wir sollen Azan helfen bei der Lieferung. Aha, hier sind wir angekommen. Wir sind hier, aber ich verbreite meine Güte schnell. Azan! Wir haben endlich dich gefunden. Ich habe deine Kredite. Ich habe nur... Die Geschichte ist sehr alt. Jetzt. Oder... Nara? Kannst du... Vielleicht... Schulden begleichen oder Hilferuf ignorieren? Ja, okay. Schulden begleichen. Okay. Ich werde deine Schulden schützen. Okay, wir haben jetzt für sie auch noch das... das Schuldgeld bezahlt. Erst sollten wir ihr helfen. Äh, sollten bezahlt werden. Und jetzt... Jetzt gebe ich noch Geld für sie aus. Also... Geschäftsfrau nenne ich anders, ne? Das... Muss ich sagen hier. Ich hoffe, das zahlt so später mal aus. Okay, was ist das hier? Ein Geschwindigkeits... Ah, okay. Hier, äh... Ist wie so eine Autobahn oder was? Jetzt bin ich aber schneller als das Schiff. Schauplatz entdeckt. Die Enklave. Jetzt müssen wir natürlich auf unseren Questgeber warten. 375 Credits. So, da hinten müssen wir hin. Ins Hangar. Halt hier. Drücke E um Hangar zu betreten. Na klar. So, Hangar-Menü. Hangar erlauben dir den Kauf neuer Waffen, Schiffsmodifikationen und Upgrades. Außerdem kannst du hier deine Konfiguration ändern. Im Laufe der Story wächst das Warenangebot und die Station bietet immer mehr bessere Ausrüstung an. Hangars, bei denen du andocken kannst, sind über die verschiedenen Sternensysteme verteilt. Sobald ein Hangar entdeckt wurde, wird er auf der Karte markiert. Okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Äh... Hier oben ist irgendwas Schiffsstruktur. Und wir sollen ein Rumpffragment kaufen, oder wie? Ah ja, okay. Gedrückt halten. TP Stufe 2 aufgewertet. So. Aha. Man kann also hier verschiedene Sachen machen. Man kann also Panzerung, Schild und auch Waffen, so wie es aussieht, einbauen. Hier zum Beispiel Schildfragment. Nächste Stufe plus 25. Ah. Also man muss da irgendwann das machen. Waffen haben wir auch. Modifikationen. Darf ich sagen, was haben wir denn hier alles? Deflektoren. Äh... Was haben wir hier? Dann haben wir Mod-Effekte. Automatisierungsprotokoll. Prädikativer Algorithmus. Ah, okay. Äh... Der Algorithmus ist für höheren Schaden. Okay. Wärmeleiter und so weiter und so fort. Aber... Ich bin ja der Meinung, Deflektoren sind ja ganz gut hier, ne? Defensive. Ja. Ich glaube... Wir nehmen einmal Deflektoren mit ausgerüstet. So. Ich hoffe mal, das war auch richtig, was ich jetzt hier gemacht habe. So. Damit haben wir Stufe 1 Deflektoren. Und hier Kanonen. Gatling. Dann gibt's einmal ausgerüstet Talon und einmal Einschlagstalon. Kostet aber 2.000. Na gut. Also dann Hangar verlassen. Und jetzt kann man das auch abbrechen, das Ganze. Muss man nicht immer warten, die ganze Zeit. Nara. Ich habe etwas, das deine... ...diskretion braucht. Wir haben ein verletztes Schiff. Sensitive Cargo. Und meine Frau fragt dich. Was braucht Rhi? Es betrifft ein... ...missendes Schiff. Sie wird dir mehr sagen, wenn du da bist. Okay. Saf. Ja. Konzentriere dich auf deine Sinne und finde Aktivitäten. Halte eh und lasse los, um auf dein Ritual der Sinne zu konzentrieren. So. Okay. Und loslassen. So. Und jetzt haben wir hier verschiedene Geschichten. Drücke Tab, um die Karte zu öffnen. Ich habe keine Prioritäten. Deine Wahl, Nara. Tutorial. Das Universum von Chorus ist riesig und lässt sich frei erkunden. Entdecke Nebenaufgaben und so weiter und so fort. Schließe ab. Das heißt, mit M ist wahrscheinlich die Karte, oder? Ne. Das ist hier... Aha. Das sind die Missionen. Steger Central. Verschollenes Schiff. Story Mission. Story Mission. Schiff. Haben wir ja auch. Rituale. Okay. Das gibt hier also darüber Auskunft, was man für Rituale hat. Da kann man noch bestimmte Sachen einstellen. Beherrschung. Die Beherrschungsmenü gibt den Überblick über alle verfügbaren Herrschung und Beherrschungskategorien. Seinen derzeitigen Fortschritt und dadurch freigeschaltete Boni. Ja, was machen denn Beherrschungen? Aha. Beherrschung ist sowas wie, äh, beherrsche ich eine Gatwing. Oder Sinne oder Zerstörer oder, oder, oder. Aha. Ist also doch schon ein bisschen komplexer als nur sinnloses Rumgeballere. Sondern es hat schon Methode hier. So, was ist das? Steger Central. Ah, hier seht ihr. Das ist ja... Diese Karte erinnert mich irgendwie an Assassin's Creed. Kann man noch drehen? Kann man auch runter machen? Ne. Ja, seht ihr. Heikle Fracht. Haben wir hier noch. Außenposten Quinaris. Was ist das? Hier ist die Enklave. Hier ist unser Schiff. Was ist das? Civilist Turin Auftrag. Ja, okay. Hier. Space ist die Sternkarte. Ach, du meine Herrschaften. Sternen. Sternenkarte Steger Central. Amarok. Nemika. Kinukfelder. Taris Neiber. Dann gibt es wahrscheinlich noch mehr hier. Maxum. Minzum. Alles klar. Ja, dann haben wir das auch schon mal erkundet. Wir sollen ja jetzt irgendwie was mit einem verschollenen Schiff. Story Mission. Vorbereitung der Enklave. Das hatten wir. Sammler Heike Fracht auf. Finde Rest. Verschollenes Schiff. Heikle Fracht und verschollenes Schiff. Okay. Ja, das sind die beiden Story Missionen. So, wenn ich jetzt wüsste, wo wir hin müssen. Da hinten. Aha, da zeigt das schon an. Sublicht Antrieb. Dann machen wir das doch mal. Hier gab es doch noch irgendjemand anderes. 13,8 Kilometer. Nee, Moment mal. Oh, es ist dich, Nora. Sorry. Ich schaue jemanden. Woher die hell waren sie? Okay. So wie es aussah. Da hinten. Da ist der Auftrag. Oh. Du bist Turin. Der Mechaniker, oder? Chief of Enclave Engineering. Anyway. My boy. He's a real rust. He loves to race. And went off without a single word. But after everything that's happened, it's not safe out there right now. Ja, Mission annehmen. Nehmen wir natürlich mit. Okay. I'll locate him. And his sister. She follows him everywhere. So, she's lost too? I know. It's a damn. I'll find them. Just, just let me know where they are. I marked one of their favorite spots for you. I'll keep searching in the other direction. Drücke die Karte Tab, um zu öffnen. Ja. Piloten Trainingsanlage. Da waren wir ja schon. Hier sind die ganzen anderen Geschichten. Was ist das? Aha. Das ist der Zivilist Turin. Der war ja auch angezeigt. Verschollenes Schiff. Da müssen wir noch hin. Was ist das? Außenposten Canaris. Xhaka Bergwerk. Und hier, das war ja die Frachtlieferung. Genau. Die Fracht. Heißt also, wir müssen ja so oder so irgendwann hier hin. Dann laden wir mal alles auf hier. 25,7 Kilometer. Wir fliegen erstmal zum Schiff hier. Zur Story Mission. Nochmal ein Sublicht Antrieb. Heikle Fracht. Okay. Ah, bestimmt beschützt hier. Sav, ich bin an deinen Koordinaten. Näher von einem Piratenhut. Okay. Aber wir sind nicht hier für sie. Es gibt ein paar sensitive Cargo, die wir besser erst finden. Entstanden. Wir suchen nach Waffen. Oh ja. Wir suchen nach Waffen. Das machen wir natürlich. Wo müssen wir hin? Aha, wir müssen 5 Kilometer noch. Ah, Sublicht Antrieb offline. Das glaube ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wegen dem roten Zeug hier. Ich flieg mal hier wieder raus. Warum ist eigentlich der Sublicht Antrieb offline? Ja, jetzt ist er. Ne, geht immer noch nicht. Gut, dann fliegen wir halt mit dem Boost hier. Der geht wieder. 2,8 Kilometer. Ah ne, wir müssen doch hier unten. Wir müssen hier rein. Ich meine mit Booster geht es ja auch. Ja. War klar. Abgeschirmt ist er. Komm schon. Ah ok, die Schilde laden sich wieder auf. Ja, die Waffen sind noch ein bisschen, ja. So, Ritual der Sinne, um die Fracht zu finden. Durchsuche den Frachtcontainer. Wo ist er denn? Ja, hier wird irgendwas angezeigt. Drei Geschichten sogar. Mal sehen, was hier... Ist es das? Müssen wir näher ranfliegen? Zack, eingesammelt. Ja, hier sind noch 2, 3 Ecke haben wir noch. Ui, 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 ui. Also wenn man sich so ein bisschen erstmal an die Steuerung gewöhnt hat, dann ist das, muss ich sagen, schon ganz, ganz nett. Ist das schon richtig gut. Erinnert mich so ein bisschen auch an Freelancer. Einen Laser? Habe ich da gerade Laser gehört? Das ist gut. Das ist gut. Dann nehmen wir doch mal den Laser mit. So. Durchsuche Frachtcontainer. Moment, da ist noch irgendwas. Da ist noch dieses Dreieck. Dahin müssen wir. Also mit diesen Sinne, hier mit dem Sinn, das ist ganz gut. Da kann man... Findet man die Aufgaben relativ fix. Muss man nicht lange suchen. Na, bitte. Eingesammelt, fertig. Oha! Schiffsreiter öffnen. So. Schiff. Oder über Taste T. Und dann können wir hier die Glow. Warte mal. Gatling und Laser. So, was müssen wir da machen? Ausgerüstet, die Glow. Prototyp von Strahlenwaffen gab es schon bei den ersten bewaffneten Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Rumpfschaden 50, Schildschaden 75. Gucken wir mal, was eine Gatling hat. Eine Gatling hat Rumpfschaden 6 und Schildschaden 4. Das ist ja mal... Okay. Feuerrate 33. Und was macht der Laser? Der Laser hat einfach mal Feuerrate 1. Mal gucken. Müsste rechte Maustaste sein, oder? 1, um die Glow als Waffe zu aktivieren. Ah ja. Okay. Setze Laser ein, um Schilder auszuschalten. Und bei voller Ladung... Okay. Okay. Den abzurufen. Jetzt erstmal Schilder ausschalten. Oh, Hammer! Deswegen also die verschiedenen Waffen. Das ist natürlich ein geiles Spielprinzip, ne? Ja, macht auch Schaden, ne? Also ist nicht so, als ob das Ding keinen Schaden macht. Weiter geht's. Ui! Nein! Nein! Noch einer tot. Boah! One Shot! Ui! Glücklicherweise... ...bin ich ja ein Fliegerass. Quasi geboren zum Fliegen. Ah, die kämpfen... Ah, die kämpfen... Die schießen schon zurück, die kleinen. Ah, ist mehr so eine Scharfschützenwaffe. Also da mag ich die Gatling lieber halt, muss ich schon sagen. Aber die ist halt eben... Wo ist er hin? Da ist das Viereck. Immer dem Viereck folgen. Was? Nein! Erwischt! Anyway, don't forget to find Ri. I know. Okay, also 44... Hier ist auch noch meine Quest. 6,9 Kilometer, fliegen wir mal zurück. Mission abgeschlossen. Vorbereitung zur Enklave, was ist hier? Hey there. Ja. Das ist klar. Mal gucken, nochmal hier die Sinne aufladen. 5,4 Kilometer. Da oben war doch was. Da müssen wir hin. Ah ja. Okay. Das Neirutbergwerk. Das Neirutbergwerk. Müssen wir mal besuchen. Mal sehen, was hier ist. 2,8 Kilometer. 1,9 Kilometer. 1,9 Kilometer. 1,9 Kilometer. 1,6 Kilometer. 1,6 Kilometer. Ui. Ach, da ist es. Was wollen wir hier? Ui. Ah, da merkt man schon. Oh, okay. Da hinten feuert irgendwas. Ah ja, okay. Da müssen wir jetzt hin. Verbündete. Da gibt es auf jeden Fall erstmal Dresche. Das sind keine Verbündeten. Wow, 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 wow. Also, ich weiß nicht, aber die Gatling, die ist schon nicht schlecht, ne? Also, muss man schon sagen. Also, wenn man die Waffen umschaltet. Ah, der lebt ja noch. Das Schöne ist, dass dieser Zielcomputer auch die nächste Bedrohung aufschaltet. So, Laserkanone Level 2. Ja, bitte. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Äh, äh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier. sonst bin ich ja gleich hinüber. Und die König. Schütteln wir sie mal ab hier. Aber ich lade nicht wieder auf, ne? Also, ich muss irgendwas finden. Doch, jetzt lade ich auf. Okay, also, man muss sich erstmal ein bisschen aus dem Staub machen. Ah, zu dicht, ja, ja, genau. Da unten ist er. Ah, den haben wir. Ah, erstmal die... Laserwaffe auspacken, hier. Oh, schön in den Rücken geschossen. Da ist noch einer. Wo ist denn der hin? Ah, der fliegt immer um mich rum. Müssen wir mal auf Abstand gehen. So, den haben wir auch. Bin mal gespannt, wie eigentlich die Gatling Gun gegen Schilde schlägt. Ja, auch nicht so schlecht. Also, die Feuerrate ist halt eben, ne? Die ist extrem hoch. Credits 400. Verbünde verteilt, den haben wir. Sehr gut, haben wir auch. Dann fliegen wir mal weiter. Aufgaben entdeckt. 7,6 Kilometer. Mal sehen, was es Neues gibt jetzt. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein bisschen Geld. Hey, da. You a minor? No, just passing through. Wanna... Wanna stop by? I don't think so. Never mind, then. I should do it. Okay, das war eine Erinnerung. Und was musst du tun, um deine Kredite schneller zu bekommen? Wann bist du bereit für das? Mal gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir denn jetzt hier noch? Neirut Bergwerk. Da ist immer noch ein Fragezeichen. Interessant. Ach, das ist ein interessanter Punkt, laut Legende. Aber wir können diesen interessanten Punkt irgendwie nicht abschließen, glaube ich. Oder wir müssen hier noch irgendwie was aktivieren. 3,4 Kilometer hier. Da oben. Man muss also regelmäßig hier immer dieses E-Spam, sonst sieht man die Erinnerung nicht. Mal gucken. Da ist es. Hier blinkt und blitzt irgendwas. Aber hier passiert nichts. Gut. Naja, jedenfalls haben wir dann hier schon mal entdeckt. Fliegen wir mal weiter. Aufgaben entdeckt. Aufgaben entdeckt. Hey there. You a miner? No, just passing through. What a... Wanna stop by? I don't think so. Never mind then. Okay, der will, der will immer uns was geben, aber sie will irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Das haben wir ja jetzt schon öfters gehabt, aber egal. Gut, dann fliegen wir mal erstmal weiter zum nächsten Treffpunkt. Gut, gehen wir mal auf Sublicht. Also auch sehr hübsch gemacht hier, muss man sagen. Schön designt. Scheint irgendwie so ein kaputter Planet zu sein. Also ach, das wird wahrscheinlich der Planet sein, der zerstört wurde, glaube ich. Weil das sind ja überall hier so Planetenbrocken. Aufbereit... Erschitan Aufbereitungsanlage haben wir entdeckt. Help! Anyone? Help us! Maybe I can. On the way. Ah, Nara, you're here. We have a situation. Pirates see the ship, that's crucial to us. And you don't have enough security forces to get it back? Well, Talon is hard to come by. I'm not interested in... About this ship? The Pirates have my crew pinned down. I see. Okay, das heißt... Nähere dich der Tandra. Ja, okay, das ist das verlorene Schiff. Denk mal, wir werden gleich hier eine Falle tappen. Ach, wusste ich's doch. Komm schon. Not now. Nice and steady. Oh, den Booster mal zünden. Wo sind denn die Kleinen? Da. Wir haben Gott sei Dank keine Schilde. Halt! Schade, dass man nicht so strafen kann, so seitlich. Also, es geht aber nur so bedingt halt. Man muss halt eben wirklich Kurven fliegen. Aber auch... Ui, 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 ui. Ein bisschen angeschlagen bin ich schon. Nochmal die Laserwaffe. Irgendwie das Gefühl, ich komme besser damit klar. Geh an Bord der Tandra. Ui. E drücken, um an Bord zu gehen? Okay. Okay, Tutumiel. Schiffe der Spirit-Klasse sind schwer gepanzert, aber äußerst schwerfällig und langsam. Okay, Q, A, A, D, Moment. Äh, A, Q ist... E ist runter, Q ist hoch. Okay, vorwärts ist SD. Müsste man eventuell nochmal die Steuerung ein bisschen umlegen. Also, wahrscheinlich dann eben halt hoch, runter und dann vielleicht auf R und T dann vorwärts und rückwärts. Aber ich meine, so geht's ja auch. Oh, das ist ja mal ein Schlachtfest. Oh, das ist ja mal ein Schlachtfest. Rie, now we're stealing from the pirates. They really shouldn't have battleships, don't you think? And you need it for... A recon mission in the Stager Rim. There's a lot of suspicious movements lately. Suspicious? I need to verify our intel first. Da kommen ein paar mehr. Das ist ja hier. Das war's. 15 Kilometer noch. Reparaturfortschritt ist fast abgeschlossen. Äh, die Piratentruppe... Also, mit dem Schiff hier muss man ja gar keine Angst mehr haben in diesem Universum. Die kommen nicht mal ran. So, Steuerung. Ah, man muss noch ein bisschen länger aktivieren, glaube ich. Destroy them! And now you want to battle. Ah, nee, wir müssen nach oben. Eieiei, da gab's wieder einen Kratzer. Die sind nicht mal rangekommen, though. Also, da sieht man, die Geschütztürme kommen sogar aus dem Schiff raus. Oh, oh, okay. Kreisestabilisator. Oh, okay. Natürlich Like me No I buried my past Burned it out of me Getting a signal Vanguard wings in position, Sage Good Commander Storm, execute the revision doctrine Deploy the jump beacon and call in the psychic totem carrier Executing, Sage Commander Shadow, the sweep doctrine Protect the assault wings, seek out and engage all enemies in this sector Honor the Prophet In chorus, Sage Get them hard and fast, my warriors Nothing will disrupt the construction of the Jara Citadel In chorus Ja Und Das war's Für das Test angespielt von Chorus Ne, wenn's euch interessiert Und ihr wollt wirklich mehr davon sehen Dann, ähm Dann, ähm Dann, ähm Any more No I'm fighting, Sav Now pull your people back Nara out They finally came Not for me Not for me But for my people My home Okay, ich hoffe die sind jetzt fertig hier mit reden Also, wenn's euch gefallen hat Und, äh Ihr wollt mehr von dem Spiel sehen Dann, gebt einen Daumen nach oben Auf den Kommentar Unter dem Video Ich wünsche euch was Wir sehen uns im nächsten Test angespielt oder in der nächsten Folge Vielleicht sogar das Spiel mal im Stream Na, bis denn Macht's gut, tschüss Und, äh Und, äh Und, äh Und, äh Und, äh Jetzt Hier Und, äh Und, äh Und, äh